Da ist er wieder, warte. Jetzt ziehen wir unsere Handschuhe an, warte mal. Und wir sind hier noch beim Mäher bei. Wir haben Fortschritte. Wir haben jetzt hier drei Stunden im Mäher reduziert. So, guck mal einmal. Der Spindel läuft. Der Spindel läuft. Den haben wir ganz klar gemacht. Die Welle. Alles wunderbar. Aber eben beim Mähen haben wir festgestellt, dass Rad fällt immer ab hier. Weil hier, Planetengetrio haben wir ganz klar gemacht. Rad wieder rauf, aber hier fehlt anscheinend ein Sprengring. Ich kann es nicht mehr richtig sehen. Er mäht, aber Rad fällt ab, Sprengring fehlt und drüben blockiert der Reifen. Also kann man nur immer links drauf legen. Also Fortsetzung folgt.